Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feeds the Beast zusammen mit den The Multi-Dears. Genau. Und dann schaue ich mal auf den Server. Und ich habe einen Maserator. Wie gesagt, hier muss man ja jeden kleinen Klingel aufnehmen. Ich glaube, deine Erde müsste reichen. Und wie gesagt, ich will hier erstmal mein Grundstück fertig haben. Und dann werde ich in der nächsten Aufnahme-Session wahrscheinlich alleine Sampfer 3 machen. Nee, dann werde ich erstmal in eine Höhle gehen, weil das ist richtig. Ja, da kann ich mir nämlich Materialien schnauern. Ui. Ich kann weg, ich weiß. Ja, und zwar. Na so, und dann. Schaufel. Dann kann ich mir mal ein paar Koppelkabel. Bis da habe ich schon mal einen Maserator. Super. Ein Electric Ranch kann man doch irgendwie so ein Special-Mode aktivieren. Nein, FGH. Weißt du, wie man den anmacht? Was? Ein Electric Ranch kann man ja irgends rein. M. 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 Hast du das was? M. Nö. M. 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 Romy of the Falls! M. Muah, ist doch Dreck, ich habe gerade aus meinem geilen des Maschinenblink rausgekriegt. O clothes! M. 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 nicht auch gut ist auch noch mal besser machen auch gut jetzt kann ich wieder erde holen aber darauf habe ich keinen bock ich brauche eine electric circuit, okay ich habe keinen bock alles für eine höhle vorbereitet ich brüchte ich schlöte mich noch an der Oberfläche ein paar Eisen damit ich dann richtig loslegen also mit Eisenspitze und so auch glas ich habe jetzt erstmal eine Turtle und ich habe doch schon wieder irgendwas verkackt ach Stein gut brauche ich wie die Hammer so so habe ich einen Computer brauche ich einen Chess den Eisen außen rum so habe ich einen Chess ja das ist doch nicht nur der Turtle und Eisen habe ich eine Turtle 12 Ah dort ist die Eisen ich würde ja jetzt schon mal eine Dia spitze aber ich habe keine Dias ja ich nehme so 4 ok gut das war mit der Höhle Moment wenn du Kohle findest ich brauche Kohle Kohle habe ich ja nicht gefunden gut gut die Höhle war jetzt ein bisschen sinnlos der Waypoint Moment B Punkte Höhle Löschen weg Ui es wird noch es bringt eigentlich gar nichts wenn man eine Turtle ähm Schaufel gibt oder? ähm doch ja ne stimmt trinkt eigentlich nichts runde kommen hast du einen Eimer zum Lein? ne bei Eisen oh fuck das oh nein das muss ich ja jetzt kannst du kurz pennen gehen? achso au die Turtle schlägt mich au die Turtle schlägt mich geh weg ey wenn du jetzt an der Turtle stirbst ne nein dann würde ich es halt schnell abbauen achso schlafen tschu ja ich warte jetzt gerade die ganze Zeit ich kann da nicht rein 5 Minuten ok jetzt geil ach ja hier das ist Marvel und das wars mit dieser Folge ach ist mir aufgestanden so werfen bei ihnen also tschüss Leute ade so dann voll professionell gehst du ein Gold? ein Gold? ja muss ja ah gut ja leg den drum ich muss da gerade mal alles zuhören Moment ich bringe mich tot aber wie heißt es denn jetzt mit dem ähm Turtle aufladen kann hä muss man nicht aufladen doch mit Strom kann man die doch dann brauchen wir keine Kohle ne ja weiß ich gar noch warte ich guck mal bei mir im Sü- ne hab ich's gar nicht mehr ich geh mal kurz in mein Suizidloch naja ich geh mal schnell ins Klo okay dir ist aber schon klar dass meine Aufnahmen noch läuft ne ja ja wer weine denn dich und ich müde mich hier ach so okay ich dachte er nimmt auch den Flo auf Main Heaven also kommt ihm erst lebt wohl okay jetzt sind wir wieder voll mit Lehm und wir werden jetzt ähm ein Weizenfeld machen ein Eisen haben wir sogar so dann werde ich hier erstmal die grundlegenden Sachen ausheben zum Beispiel einen Abstieg oh soll's einfach damit wir schon mal etwas geil haben Moment nein das war scheiße okay dann muss ich das eben alles wohl mit der Faust davon Passiert schon mal so 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 ähm so ähm so ähm ja kacke ok 6 Eisen 6 Eisen ach komm ganz ehrlich doch nicht mehr einfach mal ok nehmen ich vergesse heute echt alles mit ähm ich vergesse heute echt alles mit eh gut dann mach ich das eben so so dann bin ich wieder hab schnell nochmal das Fenster zugemacht gut dann nehme ich wieder auf jo ich warte dann aber vielleicht auch schon ja hallo und herzlich willkommen zurück Leute bei Project Light mit dem Let's Game Production ja mit grüß grün ja hört man auch an meiner Stimme so hier unten die Turdly leistet ganz schön Arbeit heute die schon was verloren hat Koppel gefunden wir haben ja gerade unser erstes Fett gebaut gibt's hier ach jo für Ende stimmt die haben das nicht was ich will sorry aber das ist nur du ne geil okay hier schlägt man geil hier unten sind so was da cool ah man hast du ähm ah ne egal ne ich brauch nichts also meine Turdly baut hier grad ganz schön add up kannst du dich ruhig bedienen jo ich hab jetzt genug ok fast Marble hab ich ganz schön noch viel ja stimmt jetzt brauche ich eher mehr Dirt gut dann kann ich ja nicht mehr in der Hölle ich würde sagen fang ich mal so langsam an ich weiß jetzt ohne Richard ist blöd aber was muttert mut weil der so inkompetent zum aufnehmen ist kann ich auch nix für um wo hast du mein Bein schön und was reimt sich auf Twilight ach verstehe ich nicht ich öffne mal kurz skippe ok ich hab mir volles geile Grundstück rausgesucht ich werde jetzt durch die Welt gehen ah warte ich nehme mal in das Bett mit ich werde jetzt durch die Welt gehen und dort werde ich erstmal eine Runde Eisen und so weiter holen hier ist unsere Abbaufläche wo wir die ganze Erde herbekommen haben falls ihr euch nicht mehr dran erinnert war ja schon warte mal ach 10 Minuten alter ne dieses mal werde ich einen perfekten Cut machen ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschüss Let's play Minecraft, PizzaBeast Ciao